Stellvertretend Reue erwecken für alle Sterbenden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dieses Gebet soll und muss gebetet werden, dass ich sie retten kann. Heilands wurde. Gebet. Milliarden und Millionen mal mein Jesus. Barmherzigkeit. Barmherzigkeit mein Jesus für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Milliarden und Millionen mal opfern wir das kostbare Blut und die Bluttränen dem himmlischen Vater auf. Für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Und bedecken ihn mit dem kostbaren Blut und dem unbefleckten Herzen Mariens und mit ihren Bluttränen, dass der böse Feind keine Gewalt über die Sterbenden hat. Amen. Und ich kann sie retten. Verkünde es, Heilands Worte. Ich brauche Söhne, Seelen, die dieses Gebet täglich womöglich mehrmals beten. Ich danke euch dafür, meine lieben Kinder. Gott segnet euch mit seiner göttlichen Kraft. Und auch ich segne euch, eure liebe Mutter. Amen. Heiliger Josef, der Vater Jesu Christi und wahre Bräutigam der Allerheiligsten, Jungfrau Maria. Bitte für uns und für die Sterbenden dieser Nacht. Jesus, Maria und Josef, seid uns barmherzig. Wir lieben euch, rettet alle Seelen, besonders die Priesterseelen und die Gottgeweiht. Mit der großen Bitte, diesen Liebesakt, mit jedem Atemzug, mit jedem Vorschlag, das mal wiederholen zu dürfen. Heiliger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht. Erf auch uns, eine Herberge für die Liebesflamme in den Herzen der Menschen zu finden. Amen. Bitte täglich den Herzenstausch mit Jesus und der heiligen Jungfrau Maria. Tate, fange ein müdiges Herz aus, gegen dein heiligstes unbeflecktes Herz, damit du in mir wohnen und der heilige Geist in mir wirken kannst. Liebster Herr Jesus Christus von Nazareth, Sohn des lebendigen Gottes, Tausche bitte mein sündhaftes, wankelmütiges Herz aus, gegen dein heiligstes Herz, damit der heilige Geist, damit du in mir wohnen und der heilige Geist in mir wirken kannst. Erfülle meine Bitte, du guter und getreuer Jesus, damit du bald als Friedenskönig über diese Welt herrschen kannst. Amen. Goldenes Abba Maria, wie der heiligen Gertrud offenbart. Sei gegrüßt, du weiße Lilie, der strahlenden und ewig ruhenden Treibseinigkeit. Du leuchtende rose himmlische Anmut, von welcher der König der Himmel geboren und genährt werden wollte. Nähe uns, mit göttlichen Einströmungen. Amen. Gelobt Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kindelieb. Uns allen deinen Segen gib.